Hallo, hier ist nochmal Alexander Gottwald. Ich wünsche dir ein gutes neues Jahr. Ich hoffe, du bist gut im neuen Jahr, in 2011, angekommen. Ich bin in den letzten Tagen mehrfach gefragt worden, ob man diese Sache jetzt, also die Mitgliedschaft in der Reiki-Freundschaft und den Aufstiegsindegationsprozess, ob man das auch in Raten bezahlen kann. Das fand ich nicht so angemessen, aber wir haben uns etwas ganz Besonderes einfallen lassen, was dir möglicherweise gefällt. Wenn du mit dabei sein willst, gilt folgender Deal. Zum Beispiel, du erhältst die Mitgliedschaft in der Reiki-Freundschaft nochmal für die Aufnahmegebühr, die wir zur Sechs-Jahres-Aktion gemacht haben, also für 378. Danach bist du ja Mitglied und hast dann die Möglichkeit, die Step-by-Step-Option für Mitglieder zu nutzen. Die Step-by-Step-Option sieht so aus, dass du jeden Teil des Aufstiegs-Integrationsprozesses einfach für 111 Euro nutzen kannst. Das heißt, wenn du jetzt kommst, buchst die Reiki-Freundschaft für 378, dann kannst du als nächstes die Seelenanteil-Rekolung für 111 Euro buchen, danach kannst du das Cleaning-Clearing-Coaching, das Private, für 111 Euro buchen und danach das Business-Cleaning-Clearing-Coaching auch wieder für 111 Euro. Und für den nächsten Bereich gilt das dann immer weiter. Das heißt, du hast einfach die Möglichkeit, für jeweils 111 Euro einfach dir weitere Teile dann dazu zu buchen. Und das in deinem eigenen Tempo, wie es einfach für dich passt. Also, ich hoffe, dass wir es dir damit noch leichter gemacht haben, hier mit dabei zu sein und das Beste aus 2011 zu machen. Bis dahin, ich freue mich, dich im Mitgliederbereich zu sehen und dann auch in deinem persönlichen Bereich für den Aufstiegs-Integrationsprozess. Alles ist Liebe!